Uttana Manibhanda Parivrita Ardabhadha Shankarasana ist eine Stellung, die dem weisen Yogi Shankara gewidmet ist. Diese Stellung ist letztlich eine Variation von Uttkatanasana, also der Stuhlstellung. Du hast die Finger in Richtung Zehen, dann ist es Uttana Manibhanda, also das heißt die Handgelenke sind stark gedehnt, es ist Parivrita, es ist gedreht und Ardabhadha, zur Hälfte verschränkt von hinten. Diese Stellung stärkt Oberschenkelmuskeln, Gleichgewicht, ist eine gute Drehübung und ist auch eine gute Übung, um die Handgelenksflexibilität zu entwickeln. Untertitelung des ZDF, 2020